moin und herzlich willkommen meine lieben freunde der sonne zu einer weiteren kleinen folge minecraft wir spielen eine runde ttt trouble in terrorist ich behalte mal die minigun die ist ganz ich habe ich habe ein sniper ich habe die minigun okay sniper ist nicht so geil ich nehme ich behalte minigun also schwer das natürlich geil so mal sehen was wir alles für rollen bekommen ich gebe ich begebe mich mal schnell zum teleporter okay was bist du ich bin inno wo ist der innozentester alles klar ich glaube hier ist der bei mir ist da ich bin keiner der hinter dir der hat mich nicht abgeschossen alle kommen mit dem müssen jetzt dass er da das ist es ist äh ich jetzt ich bin er kann nicht so Ja, klar ist das mal. Okay, er ist auch inno. Er ist Detective. Ich glaube, Blau ist Detective, oder? Ich geh nur mal rein. Testen. Ah. Testen. Okay. Ich hab'n Traitor gekillt. Nice, GG. Oh, ich hab'n Illocent gekillt. Ups. Ha, ups. GG. Das war Cherry Cake. Ich hab' aus Versehen, ja, ich hab' wo ist Cherry Cake? Den hab' ich gekillt. Oh, nice, wir haben gewonnen. GG, das war wirklich eine spannende Runde. Wuhuui. Aber, ich glaub', das waren jetzt nicht mal zwei Minuten. Da können wir gleich noch mal ne neue bringen. Und dann sehen wir gleich in der zweiten. Ciao. Ciao. Weiter sind wir zurück in der zweiten Runde. Ein Holzschwert. Wow, ist das krass, Alter. Das Holzschwert, das nehme ich doch liebend gerne. Ein Steinschwert. Ah, noch ein Steinschwert. Ah, ne Minigun. Ne Minigun ist gut, die nehme ich. Ich hätte den... Ups. Heh. So, den Minigun nehme ich und ich gebe mich schon mal zum Tester. Ja. Auch wenn das relativ risikoreich ist, sag ich jetzt mal so. Was ist das hier? Bogen. Einen einfachen... Wer will einen einfachen Bogen? Okay. Wo ist der Tester, frage ich mich nur gerade. Warte, ich... Mütze mich einmal kurz. Ich würde gerade... Okay, ich bin Detective Nice. Ja, warte. Gut. Das heißt, ich bin schon mal ziemlich... Nicht tödlich. Minigun öffnet den Detective Shop. Ähm, okay, warte. Ich gehe mal zum Shop. Gold Weapon. Ähm. Okay. Alles klar. Die prügeln sich hier vorne. Ich such gerade mal ein bisschen, wo der... Also, das Geile ist halt, jeder der mich angreift, ist ein Traitor. Ja. Ich bin tot. Oh, nice. Von wem? Von, äh, so'n Logoskin, halt. Wie heißt der? Weißt du das? Dann kann ich den killen. Das ist jetzt... Nein, das ist jetzt kein... Kein... Kein Ghosten. Ich bin von Logoskin gestorben. Ich bin einfach von Logoskin gestorben. Nein. Okay, ich habe einen Traitor. Ich habe einen Traitor. Ich habe einen Traitor. Tschüssi. Ähm. Ich glaube, ich krieg gleich so'n Time Out. Ah, los. Okay, das scheint auch Reno zu sein. So, die restlichen killen wir jetzt einfach alle. Okay, äh, ich bin wieder da. Okay. Gut. Hier unten ist ein Traitor. Oh, nice. Wir haben gewonnen. GG. Okay. GG. Ja, das würde ich sagen. War eine flotte Runde. Aber da kriegen wir noch locker eine hinten dran. Also würde ich sagen, bis gleich zur dritten Runde TTT. Zurück und wir spielen... Ne, nicht mit dem Bogen. Das ist mir zu langweilig. Holzschwert, äh, das kann auch jeder. Wir brauchen mal irgendwas interessantes. Oh, ne Schuttgarn. Ne, ne Schuttgarn war auch nicht so geil. Ich will gerne eine Minigarn liefern. Finde ich am besten. Eis... Oh, Steinschwert. Ich dachte, das wäre Eisenschwert. Ich habe mich schon irgendwie gefreut. Ähm, ich bräuchte irgendwie mal... Oh, ne Snipe. Sollte ich Terrorist sein, dann ist das Snipe am geilsten. Aber ich nehme mal an, das bin ich nicht. Ich bin Detective. Oh, das ist geil. Das ist geil. Detektiv ist immer so ein schöner Job. Ist der tot? Hat mich angegriffen. Also... Oh. Ups. Ups. Wir beide gehen erstmal direkt zum Tester. Ja, ich habe aus Versehen den Inno getötet. Kann man ja jetzt nicht direkt für oder... Ich würde sagen, das sind halt so ein paar Schäden, die passieren. So. Los rein. Ich kann mir jetzt mal ganz kurz hier irgendwas... Sniper ist erhitten, aber egal. Okay. Gut. Dann gehen wir hier... Oh, der greift den an. Oh. Alles klar. GG. Alter. Alter. Dieses Spiel ist nichts für mich. Ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht, ey. Ich weiß nicht warum. Es ist wahrscheinlich auch extrem unterhaltsam für euch. Also das glaube ich wirklich. Also... Wow. Deswegen gehen wir jetzt hier gleich mal in die Pirate Bay. Ich hasse diese Map. Wir sind leider nicht in der Map Pirate Bay. Da wurden wir leider rausgekickt, aber... Steinschwert... Okay, gut. Kann man sich halt auch mal hören, aber ich weiß nicht. Ich mag halt... Ah, ne Minigun. Ne Minigun. Ne Minigun. Ne Minigun. Loll. Ah, ich bin echt so ein Ticklegend. Ich wusste gar nicht, dass man zwei Sachen benutzen konnte. Ups. Tja. Also Sniper nehmen wir uns auch nochmal mit. Oh nein. Dann lieber die Minigun. Das frage ich mich gerade. Okay, hier und da wollen nicht sein. Ah, wo ist der scheiß Test? Da. Hier irgendwo. Keine Ahnung. Ähm. Ich bin halt irgendwie... Ah. Okay. Nein. Ich bin genau vorbeigelaufen. Einfach. Richtig krass von mir. Ja. Ich zeig sie nochmal. Achso. Ich bin schon okay. Okay. Hier. Wir sind nicht. Loll. Loll. Wer war das? Wer war das? Wer war das? Okay. Du nicht. Hast du das? Wer war inno. alle rein okay, er ist auch nicht geh rein, los komm geh rein nein, geh rein, los okay GG, da haben wir nochmal gewonnen, okay er war der letzte Traitor ähm, ja ich finde, man sollte es ein bisschen mehr Traitor geben weil, irgendwie gewinnen hier die Innocent Deutsche, darf ich jetzt mal so sagen, immer aber ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal, ciao bis zum nächsten Mal